Eine 3-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Kirchheim. Die Wohnung wurde 1994 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 120 m². Die Kaltmiete dieser Wohnung erhalten Sie auf Anfrage. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017